Man sagt ja, physikalisch ist es gar nicht möglich, dass die Hummel aufgrund ihres Gewichts fliegen kann. Naja, diese hier konnte garantiert nicht fliegen. Sie hat nur manche Sachen in die Luft fliegen lassen. Willkommen in der Nordenklötzentscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute gibt es wieder ein etwas älteres Set. Fünf Jahre ist es alt, das Kubi-Set 2516. Und wo ist es? Natürlich hier hinter mir im Regal. Da haben wir die berühmte Hummel, den Geschützwagen 3 Schräger 4 für die schwere Feldhaubitze 18 Schräger 1 beziehungsweise das Sonderkaufset 65 Hummel beziehungsweise die schwere Panzerhaubitze auf Sonderkaufset 165. Ein Set, das mich mal 35 Euro gekostet hat, was ihr heute aber ohne, dass ihr eine 100er drauflegt, nirgendwo mehr bekommt. Da ist unsere Hummel trotz Winter auf unseren Bautisch gelandet. Das Sonderkaufset 165 aus der Historical Collection World War II Set Nr. 2516 aus 2018. 575 Steinchen schwer mit zwei Minifiguren und viele Drucke sowie einen schönen winterlichen Karton. Wir sehen unsere Hummel und hier ein russisches Jagdflugzeug beziehungsweise ein sowjetisches. Schauen wir uns die Rückseite an. Da sehen wir, dass das Set 26 cm lang wird, 10,2 Inch und 11 cm hoch, 4,3 Inch. Natürlich können wir hier unsere Haubitze, unser Geschütz nach oben in Steilfeuer stellen und wir sehen auch hier sehr, sehr viele schöne Drucke. Hier hinten zum Beispiel diesen Stab oder die Stabkombination zum Ausrichten des Geschützes sowie hier kommt ein bisschen der originale Tarn durch dieses Weiß durch. Finde ich ziemlich klasse. Da haben wir ein Originalfoto. Wir sehen, dass wir hier in der Anleitung Karten haben für Kikobis Tabletop-Spiel und wir haben hier natürlich Fakten sowie, ich habe es euch gerade schon gesagt, einen Soldaten und hier den Panzerkommandanten. Was ich ganz lustig finde, ist, dass ich hier verschiedene Preise drauf habe. Hier unten steht einmal 35, dann steht hier oben auch 35, da auf dem roten Aufkleber. Aber hier habe ich 33. Freunde, aber ich habe keine Ahnung, was ich bezahlt habe. Egal, wir wollen in den Karton schauen und dafür muss unsere Hummel noch einmal fliegen. Ja, Freunde, da haben wir den Inhalt auf den Bautisch, unsere Anleitung und eine Bautüte 1, eine Bautüte 2, eine Bautüte 3 sowie zwei 8x16er Plates in Weiß und in Kubis Dark Blues Grey, würde ich mal sagen. Packen wir mal an die Seite. Schöne Tüten, schöne Steine, sehe ich jetzt schon. Wir schauen uns aber erst die Anleitung an. Wir sehen, das Set hat die Altersempfehlung ab sieben Jahre und wir haben das gleiche Design wie auf dem Karton, nur ohne winterliche Landschaft. Klammer gebunden, DIN A4. Schauen wir uns die Anleitung an und da haben wir sogar noch, Freunde, richtig cool, die Karte für das Tabletop Game extra. Das gab es früher bei den etwas älteren Sets, finde ich gut, weil ich habe immer keinen Bock, die Anleitung zu zerschneiden. Karte geht an die Seite. Übrigens könnte man sich auch mit zwei, drei Steinen, zweimal vierern, sogar so einen kleinen Stand machen für diese Karte und neben sein Modell stehen. Naja, hier ist die Anleitung. Wir fangen an mit der Bauabschnittstüte 1, reißen die auf, machen uns Häufchen, Schälchen, sortieren nach Farbe, wie ihr das möchtet und dann bauen wir drauf los. Der erste Schritt hier ist der, der immer farbig ist, der zweite ist auch farbig, aber der davor, hier der erste, ist dann ausgegraut. In den Echtecken mit abgerundeten Kanten sehen wir dann, welche Steine wir brauchen und wir zählen unsere Bauchsteps durch. Pfeile weisen uns den Weg, ob gebogen oder gerade, hier sogar mit Doppelspitze und wir haben kleine Legenden, wo wir sehen, welche Steine wir brauchen. Hier zum Beispiel eine 1x6er Flat-Tile, eine Fliese und hier eine 1x2er Fliese. Hier sehen wir dann, wir reißen Tüte 2 auf und fertig sind wir dann zum Schluss mit dem Baustepp 176. Wenn wir unsere Kanone, Quatsch, 76, nicht 100, es wundert mich schon, 76 werden wir unsere Kanone, unsere Haubitze drauf bauen. Fahrzeug ist dann grob fertig, ja, mit den Ketten sind wir hier 62. Ja, es gibt auf der letzten Seite ein bisschen Werbung. Ich habe euch hier von, kann ich euch verraten, noch kein Set gebaut, aber ein ähnliches, beziehungsweise hier die Nachfolgeversion. Schaut einfach mal oben auf dem i, das müsste hier ungefähr sein, da seht ihr meine Kobi Playlist. Kobi hat halt keine Seitenzahlen, deswegen hangeln wir uns hier von Baustepp zu Baustepp und wie gesagt, Baustepp 76 und wir sind fertig. Ja, Freunde, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den Fakten zum Sonderkfz 165 und mir wünsche ich viel Spaß beim Klemmen und ich weiß, ihr seid liebe Menschen, den wünscht ihr mir auch, Freunde, also bis gleich. Speedbit-Zeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über das historische Vorbild vom Kobi Set 2516, wir sprechen heute über die Hummel. Lasst uns also über das Sonderkfz 165 plaudern, wie es auch genannt wurde. Dieses Fahrzeug ist nämlich nicht nur ein faszinierendes technisches Meisterwerk, sondern auch, wie immer, ein bedeutendes Stück Militärgeschichte. Die Idee für die, in Anführungszeichen, Hummel entstand 1941, als die Wehrmacht einen mobilen und leistungsstarken Artillerieträger benötigte. Das 1942 entwickelte Fahrzeug basierte, genau wie der Panzerjäger Nashorn, auf dem Geschützwagen 3 bzw. 4. Dies war ein fahrgestelltes Panzerkampfwagen 4 mit dem Antriebsstrang eines Panzerkampfwagen 3, wobei der Motor nach vorne verlegt wurde, um im Heck einen großzügigen Kampfraum zu schaffen. Als Waffe wurde eine 150 mm Haubitze SF-18 verwendet, die ein Seitenrichtfeld von ca. 15 Grad nach beiden Seiten und mit einem 43 kg schweren Geschoss eine Schussreichweite von ca. 13 km erreichte. Oh je, da wäre ich nicht so gerne Richtschütze bzw. Ladeschütze gewesen, überlegt mal 43 kg schwere Geschosse. Da das Fahrzeug nicht für den direkten Kampfeinsatz vorgesehen war, schützte nur eine leichte Panzerung gegen Infanteriefeuer und Granatsplitter. So hatte der Aufbau nur eine Rundumpanzerung von ca. 10 mm. Mit einem stolzen Gewicht von rund 25 Tonnen war die Hummel ein echtes Schwergewicht. Ihre Länge betrug beeindruckend 7,17 m, sie war 2,97 m breit und 2,81 m hoch. Die Hauptbewaffnung, wie schon erwähnt, bestand aus der mächtigen 150 mm FH1-8 schräge 1 Haubitze, ergänzt durch 1 oder 2 je nachdem 7,92 mm MG34 oder MG42 Maschinengewehre für zusätzlichen Schutz. Angetrieben wurde sie von einem Maybach HL120 TRM Motor mit ca. 300 PS, was der Hummel eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 42 kmh auf Straßen und eine Reichweite von etwa 250 km ermöglichte. Die Hummel kam im Mai 1943 an die Front, bis Sommer waren 85 Stück an der Truppe bzw. bei der Truppe ausgeliefert. Bis zum Ende des Jahres wurden noch weitere 227 Stück produziert. Die Hummel wurde hauptsächlich an der Ostfurt eingesetzt und spielte eine wichtige Rolle in den verschiedenen Schlachten des Zweiten Weltkriegs, einschließlich der berüchtigenden Schlacht von Kursk im Jahre 1943. Ihre Vielseitigkeit, sowohl in der Artillerieunterstützung als auch in direkten Gefechten, machte sie zu einem wertvollen Bestandteil der deutschen Kriegsmaschinerie. Insgesamt wurden ca. 724 Panzerhaubitzen hergestellt, 10 davon entstanden aus Umbauten. Am 27. Februar 1944 entfiel auf Weisung von Adolf Hitler der bis dahin verwendete Suggestivname Hummel. Ich fand ihn eigentlich ziemlich cool. Anfang 1945 wurde die Produktion der Hummel eingestellt. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch ca. 335 Hummeln, von denen der größte Teil, wie schon vorhin erwähnt, an der Ostfront stand. Aber auch sie standen unter dem Mangel an Kraftstoff und Munition zu dem Zeitpunkt. Das Sonderkfz 165 bzw. die Hummel ist mehr als nur ein Stück Blech, Stahl und Technik. Sie ist ein Zeugnis menschlicher Ingenieurskunst und ein Stück Geschichte. Sie erinnert uns an die technischen Innovationen, sowie die strategischen und menschlichen Herausforderungen der deutschen Panzer bzw. Artillerieentwicklung im Zweiten Weltkrieg und mahnt uns, die Vergangenheit nicht zu vergessen. Die Hummel ist für mich neben den Nashorn ein ganz besonderes Fahrzeug, weil mein Opa diese Fahrzeuge im sehr großen Maßstab, ich glaube heute auch 1 zu 12, wie der Kubi-Tiger 2801, aus Holz gebaut hat, mit Knochenleim, mit Hosenbundgummis, meine ich damals als Ketten, wo er mit der Laubsäge aus Sperrholz Teile rausgesägt hat und dann diese Panzer damals verkauft hat, ohne Ebay-Kleinanzeigen. Vielleicht schaffe ich es wirklich einmal, euch diese Fahrzeuge vorzustellen. Die stehen in der Bundeswehrkazenne in meinem Heimatort, im Raum, wo die Reservisten tagen und da stehen sie auch erstmal ganz gut. Aber mein Opa hat halt diese Fahrzeuge gebaut und deswegen habe ich als kleiner Junge schon diese Artillerieträger oder auch Panzerjäger kennengelernt und deswegen spreche ich vielleicht so mit Begeisterung über diese Fahrzeuge. Ich möchte aber hier nichts verherrlichen, das ist mir ganz wichtig, mir geht es hier immer um die Technik und um die Geschichte. Getreuwalter Benjamin und dieser Satz, den ich euch jetzt sage, steht auch im Deutschen Panzermuseum. Wer aber den Frieden will, der rede vom Krieg. Maschinen alleine töten keine Menschen, das machen immer die, die diese Maschinen bedienen. So Freunde, jetzt ein kleiner Ausflug war das in meine persönliche Geschichte und etwas Philosophisches noch. Jetzt lasst uns aber nicht lange schwadronieren, lasst uns über das KUBI-Set 2516 reden. Freunde, viel Spaß beim Klemmerstein Review. Eine Stunde und 40 hat es gedauert, bis sie fertig ist. Unser KUBI-Set 2516, das Sonderkaufset 65, unsere Hummel. Und ich habe nicht nur eine Hummel hier stehen, nein, wir haben sogar drei hier stehen. Wir haben einmal den Munitionsträger, Hummel, wir haben die Hummel hier, das originäre Set von KUBI, die 2516 und wir haben hier noch ein Tarn-Mock, ebenfalls der Hummel. Links wie rechts, beides Mocks von der lieben Putzhilfe, vom lieben Maurice. Den Kanal bzw. seine Instagram-Seite habe ich euch mal unten in der Infobox, in der Videobeschreibung verlinkt. Sowie, ihr findet ihn natürlich auf dem Discord. Link zur Einladung auf dem Discord findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Bevor ich aber auf seine Mox hier eingehe, schauen wir uns natürlich einmal das Vorbild an, damit wir dann ein bisschen mehr Maurice' Leistung auch einschätzen können. Und ich wollte euch ja generell, das ist ja ein Review des Sets, auch darüber informieren. Nur vorab von dem Munitionsträger wurden ca. 157 damals gebaut. Der konnte 90 Granaten transportieren. Man sagt, dass vier bis sechs Hummeln eine Batterie bildeten und diese Fahrzeuge waren zuerst bei den SS-Panzerdivisionen an der Ostfront und dann später bei den Heeresdivisionen im Einsatz. Und ich habe hier rechts ein Stuck abgebildet, denn ein Stuck bildet meistens auch immer noch mal die motorisierte Deckung so einer Batterie, so einer Einheit. Aber Freunde, kommen wir jetzt zum Set 2516. Wir haben ein paar Steinchen über die gute alte Zeit, wo Kubi noch etwas spendabler war, wobei, naja, weiß-braunen Haken und zwei Kettenglieder geschenkt. An der Anleitung habe ich eigentlich nichts auszusetzen. Ganz im Gegenteil, ich finde es cool. Ich habe es euch auch vorhin schon gesagt, dass wir hier diese Spielkarte dabei haben von Kubis Tabletop Game. Ich weiß gar nicht, ob es die Webseite so noch gibt. Irgendwann spielen wir das mal hier auf dem Livestream. Ich bin versprochen. Ja, packen wir zur Seite. Ich habe wirklich bei der Anleitung nichts auszusetzen. Vielleicht auch, weil ich hier so ein bisschen Nostalgie-Vibes spüre. Schauen wir uns das Fahrzeug an. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie gut es fährt, aber eigentlich, ihr seht es doch, ich kann es euch schon sagen, sehr gut, weil auf meinem glatten Tisch hier eigentlich Panzerketten nicht so gut laufen. Aber hier, ihr seht es richtig gut. Wahrscheinlich auch, weil das Set einigermaßen schwer ist für seine Verhältnisse. Schauen wir uns die Minifiguren an. Wir haben ja hier unseren Panzerkommandanten und unseren Soldaten, unseren Lanzer in, ja, wie soll ich das sagen, man könnte wahrscheinlich die Figuren auch matchen. Dann könnte man eine grüne machen und eine weiße, komplett weiß. Fangen wir an mit der Figur hier mit der Feldmütze M43. Die habe ich ja schon ein paar Mal in Videos angehabt. Der Herr hier mit rotem Schnäuzbart à la Charlie Chaplin mit EK. mit Dienstglas, weißen Schuhen angedruckt und Koppel und hinten nichts gedruckt, aber dafür schwarze Handschuhe. Eigentlich ganz nette Figur, noch relativ schlicht, aber für die damalige Zeit trotzdem gut bedruckt. Und ich glaube, diese gelbe Spang hier oben sagt auch, wie gesagt, vom Herr. Dann schauen wir uns unseren Lanzer an. Der hat einen typischen Drei-Tage-Bart, weißes Oberhemd, grüne Hose, auch hier die Schuhe schwarz gedruckt und eine MP40. Und hier auch noch das alte schwarz-weiß-rote Emblem. Ich weiß gar nicht, ob das noch im Einsatz war. Wahrscheinlich schon, die wurden ja teilweise aufgetragen, sage ich mal, bis zum Ende. Aber so gut heile bedruckt wir hier natürlich nicht. Aber das sind die ersten Kobi-Figuren. Ich finde sie cool. Diese Figur fehlte mir in meiner Sammlung. Und ich muss ja wirklich sagen, dass ich immer mehr zum Kobi-Figuren-Sammler werde. Kommen wir jetzt zur Hummel. Das Bild ist unscharf, aber jetzt kommt hier unser Highlight auf scharf gestellt. Unsere 113, was mir richtig gut gefällt. Es ist natürlich hier das fast alte Fahrwerk des Panzer IVs, also Kubi-technisch gesehen, mit schwarzen, massiven, beziehungsweise dunkelgrauen, ich nenne es mal dark, bluish-gray, anthrazitfarbenen Block von unten. Dafür aber dann hier zwei Reihen Räder und die in mehreren Farben. Das gefällt mir. Die weißen Spann- und Antriebsräder dann. Und hier oben auch die Führungsräder. Richtig cool. Von unten seht ihr es hier, die typische Kubi-Bauweise, diese Blockweise. Die gefällt mir aber, die macht Spaß zu bauen, weil es halt so ein bisschen retro-oldschool ist. Wir haben hier Gitter, wir haben hier schöne Drucke, wir haben das gebaute Wintertarn, wir haben hier einen Kanister, wir haben hier einen 1x2er mit Achse an einem Haken-Ziehlklamm ähnlich. Wofür kommen wir gleich noch zu. Wir haben hier Aufdrucke für Fahrer und Co. Wir haben hier eine Art Stahlseil, wir haben hier eine Halterung für die Kanone, kommen wir gleich zu. Wir haben hier Klappen, die wir aufmachen können. Vielleicht ein bisschen die Schwachstelle, weil es halt diese typischen Abschlüsse sind von Kobi. Diese Deckel, diese runden Teils mit Noppenaufnahme unten, die können abgehen, wenn man sie so hier ein bisschen bewegt. Und man braucht Fingernägel, um drunter zu kommen. Sonst aber ganz cool. Ich glaube, man kann auch mit viel Mühe da eine Figur reinpacken. Auf jeden Fall mit Dänischen würde es wahrscheinlich richtig gut gehen. Dann hier von der Seite auch wieder die 113, ein Spaten. Schön hier die Kanone, auch unsere Horbitze. Schön mehrfarbig, man kann sie gut erkennen. Wir haben den Spaten. Und hier hinten haben wir Räder sowie Haken und halt diesen Stab zum Ausrichten der Kanone. Bisschen blöd, hier unten viele Noppen, kann man aber zumachen. Dafür ganz cool hier einen Haken. Also hier würde ich vielleicht nochmal Teils drauf machen oder so. Wobei man es nicht sieht, wenn das Fahrzeug so steht. Klappen wir mal den Kampfraum auf. Hier mit Hinges, die kennen wir. Wir sehen von unten viele Noppen. Wir haben aber auch hier hinten diesen 1x2er mit oben und unten offen. Wir haben schon damals und wir haben hier 6 Geschosse in diesen Vorrichtungen. Wir haben links wie rechts so ein kleines bisschen eine Luke offen und wir haben hier unser Geschütz mit Drehrad und wir haben einen hellgrauen Innenraum. Wir können das Rad bzw. nicht bewegen, aber wir können die Kanone bewegen. Leicht links wie rechts. Beziehungsweise Haubitze natürlich, keine Kanone. Hier schwarz gehalten. Die Noppen sehen ein bisschen auch so technisch aus, noch Bedienelemente. Und wir haben hier dann das Rohr in mehreren Farben. Also ein relativ schlichter Bau, aber cool gerade hier mit dieser Dreiecksform. Und hier haben wir auch wieder Hinges für die Panzerung. Jetzt wollte ich euch noch kurz zeigen, wofür dieser Stein hier ist. Dafür stelle ich das Fahrzeug mal hier ab, stelle die Kamera wieder auf Schärfer, nehme diesen Stein hier raus. Natürlich bleibt das dann meistens nicht so, dass bei der Kubi-Klemmker von damals sehr gut, es ist ja frisch, neu, obwohl ich, also nicht hier gebaut für euch, obwohl es halt schon ein paar Jahre alt ist. Ihr seht hier diese Verstrebungen, die wir zum Beispiel von den Doppeldeckern kennen. Da oben haben wir eine Noppenaufnahme. Ich packe jetzt hier diesen Stein so drauf. So, zack. So, so. Und dann soll das Rohr da so drauf als Halterung für den Marsch. Gefällt mir richtig gut. Ich habe hier wirklich an dem Set nichts auszusetzen, außer, dass es, ja, nicht mehr gibt. Ich würde mir wünschen, dass es da eine Neuauflage gibt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Kubi an solchen Geräten vorbeigeht, wenn es in die Richtung 1.28 Uhr geht, in diese Details, die Kubi jetzt gerade an den Tag legt. Von daher hoffe ich, dass da was kommt. Ich muss wirklich sagen, ein richtig cooles, cooles Set. Und diese Steine, so schön weiß, das kommt jetzt hier gerade durch den Karton gar nicht rüber. Aber ich hoffe, ihr könnt das sehen. So weiß hätte ich gerne meine Zähne. Ja, streamen wir es mal an die Seite und gucken uns jetzt hier die Version von Maurice noch einmal an. Und es hat natürlich auch einen Grund, warum ich hier euch diese Fahrzeuge von Maurice zeige. Denn im Anschluss werden ja noch die Gewinner gezogen der Hortens Stands, die ich im Video, was ich oben hier in der Ecke verlinke, ja quasi schon angefangen habe zu verlosen. Maurice hat diese ja auch designt, so wie diese beiden Fahrzeuge. Ja, wir haben hier die identische, fast identische Hummel. Auch hier haben wir diese Verstrebungen. Wir haben hier, gut, keinen Schlauch als, ja, wie soll ich das sagen, als Stahlseil, aber ist nicht weiter schlimm. Wir haben hier hellgraue Ketten, das finde ich ganz gut, schwarzen Kanister. Und was wir richtig toll haben, wir haben hier diese Gitter im Tarn und den Innenraum hat Maurice vollgepackt mit Granaten. und wir haben unten auch, ihr seht es, diese Teils, diese 2x4er mit den Verstrebungen und auch unten Gittersteine. Wir haben es offen, also richtig zugemacht, meine ich nicht offen. Und wir haben hier links auch noch ein Rad an der Kanone zum Verstellen. Also hier, sowie dann da, diese Noppen. Und der Innenraum generell, auch in Tarn, gefällt mir auch richtig gut. Also hier hat Maurice richtig schön das Ding als, ja, Color Change Model umgesetzt. Gefällt mir. Und ja, ich habe es euch gesagt, auch hier kann man dann die Kanone natürlich genauso in Marschposition bringen. Das machen wir auch. Richtig gut hat Maurice hier diese Version umgebaut. Aber, was nicht fehlen darf, denn ohne Schuss nichts los. Ich habe es euch im Intro ja gesagt, so ein bisschen mit in die Luft fliegen. Dafür braucht man was. Nämlich hier unseren Munitionsträger. Schön gemacht hier mit dem Gummi an dem Reifen. Hinten können wir auch diese Klappen aufmachen. Das ist vielleicht das einzig Blöde an der Hummel, dass man es nicht ganz aufmachen kann. Aber dafür hier im Innenraum auch Munitionskisten, die Verstrebung und oben auch Gittersteine, sowie das MG zur Abwehr. Und vorne, ich habe es euch gesagt, hier die Luke für den Fahrer. war richtig cool gemacht. Also ein Fahrzeug, was es so von Kubi gar nicht gibt, was auch immer so ein bisschen, diese Fahrzeuge gehen immer ein bisschen unter, denn sie gehörten ja dazu. Diese Unterstützungsfahrzeuge. Ja, Freunde, ich habe es euch gesagt. Schade, dass es dieses Set so eigentlich kaum noch zu kaufen gibt. Natürlich, wie immer, gibt es von mir unten in der Videobeschreibung Quellen, wo ihr diese Fahrzeuge kaufen könnt. Damals, habe ich ja gesagt, so zwischen 30 und 35 Euro dafür bezahlt. Kriegt man heute logischerweise nicht mehr. Aber, ja, es bleibt zu hoffen, dass es irgendwann mal solche Fahrzeuge wieder von Kubi gibt. Oder ihr baut sie euch selber, mockt sie euch selber, so wie das Maurice hier getan hat. Ja, ihr bekommt jetzt Detailbilder von allen drei Versionen, vom Original, vom Color Change Model und vom Munitionsträger. Und dann schauen wir uns noch mal zum Abschluss in die Augen, wo wir den Gewinner der Stands für die Horten HO 2.2.9 ziehen werden, meine lieben Freunde. Ja, Freunde, wie immer an dieser Stelle versprochen ein paar Detailbilder, nicht nur von der Hummel, sondern auch vom Hummel Mock und dem Munitionsträger, damit ihr euch selber noch mal einen Eindruck verschaffen könnt. Aber ganz wichtig ist ja noch, die Frage vom Intro zu klären. Ich habe vor kurzem etwas Interessantes, nämlich über dieses sogenannte Hummel-Paradoxon erfahren, das anscheinend auf eine Geschichte zurückgeht, die Studenten des deutschen Physikers Ludwig Prantl erzählten. Es war wohl Anfang der 1930er Jahre, als bei einem Dinner ein Biologe einen Aerodynamiker fragte, ob er erklären könne, wie so eine große, dicke Hummel fliegen kann. Der Aerodynamiker machte schnell eine Berechnung auf einer Serviette, indem er das Gewicht und die Flügelfläche einer Hummel betrachtete. Zu seiner Überraschung stellte er fest, dass nach diesen Berechnungen die Hummel eigentlich nicht fliegen können sollte. Seiner Meinung nach hätte eine Hummel, wenn sie wie ein Flugzeug konstruiert wäre, tatsächlich nicht abheben können. Aber Hummeln sind anders gebaut. Ihre Flügel bestehen nicht aus starren Flächen, sondern aus einem extrem elastischen und biegsamen Protein namens Resilin. Dieses Material kann sich auf das Dreifache seiner Länge dehnen, ohne zu reißen. Auf diese Weise können Hummeln trotz ihrer relativ kleinen Flügelgrundfläche eine beachtliche große Menge Luft bewegen. Außerdem schlagen ihre kleinen Flügelchen rotierend ca. 200 Mal in der Sekunde. Das schafft, meine ich, noch nicht einmal ein Hubschrauber. Ja Freunde, heute gab es nicht nur technische Informationen rund um das Sonderkfz 165, sondern wir haben auch noch das Hummel-Paradoxon geklärt. Ja Freunde, dass das Video schneller zu Ende als auf einer Freibadwiese eine Hummel einen kleinen Kind in den Fuß stechen kann. Freunde, ein Set aus der guten alten Zeit von Kobi. Ich hoffe, ihr habt gehört, als ich den Karton geöffnet habe, dass es Wusch gemacht hat und hier Historie und Geld an uns vorbeigeflogen ist. Ein Set, an dem ich nichts auszusetzen habe, auch aufgrund des Alters des Nostalgie-Wertes. Ich würde mir nur wünschen, dass Kobi vielleicht so ein Set nochmal im Maßstab 1 zu 28 auf den Markt bringt. Gerade in der Detailverliebtheit, wie es das ja heute gemacht hat. Bei den E100, den Jagdtiger, den Ferdinand, den Sturmgeschütz und so weiter und so fort. Da wäre so ein Set, glaube ich, richtig, richtig cool. Cool ist aber auch, dass Maurice hier tolle Mox umgesetzt hat. Und Maurice ist ja das Stichwort. Ein toller Mensch, guter Freund und wichtiger Bestandteil der Community. Wenn ihr mit ihm oder mit ihm mal quatschen wollt, und übrigens schaut mal auf unserem Discord vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung hinterlegt. Genau wie der Instagram-Account von Maurice zu seinen Mox. Aber Maurice ist das Stichwort, er hat ja im vorletzten Video meinem Review quasi über das Jahr 2023, mein Resümee gerade aus Kobi-Sicht, uns hier drei Custom Stands aus 100% Kobi-Steinen für die Horten Hoh 229 zur Verfügung gestellt, die ihr gewinnen konntet, wenn ihr in diesem Video aufgepasst habt und ein bisschen so gerechnet habt, meine Videos vielleicht geschaut habt. Denn ich habe euch gefragt, wie viele Steine von Kobi habe ich im Jahr 2023 verbaut. Und ja, drei von euch lagen richtig, aber ich möchte es euch kurz sagen, ich habe 49.928 Steinchen verbaut. Also richtig, drei ist falsch. Drei haben halt die Stands gewonnen, weil sie ganz nah dran waren. Es lagen viele von euch richtig. Und Freunde, es gibt jetzt gleich drei Gewinne, aber es gibt sowas immer mal wieder auf meinem Kanal. Ich werde immer mal wieder Sets verschenken, verlosen für die Community. Das ist mir ganz wichtig. Ich mache hier ganz viel für euch, für mich natürlich auch im Umkehrschluss, weil ihr mir wichtig seid, weil dieses Hobby wachsen soll, weil Kobi irgendwie wachsen soll, weil Klemmbausteine von anderen Marken wachsen sollen, aber auch natürlich von Lego. Generell dieses Hobby-Klemmbausteine muss noch mehr in die Welt. Und dafür mache ich diesen Kanal. Und halt auch, um tolle, nette Leute wie euch da draußen kennenzulernen. Bei jedem Treffen, bei jeder Messe, durch jeden Kommentar fühle ich mich irgendwie noch mehr in dieser Klemmbaustein. Heimat in dieser Klemmbaustein-Familie wohl. Und ich hoffe, es geht euch genauso. Jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, einfach nur, um ein bisschen die Spannung zu halten, wer von euch dieses Dance gewonnen hat. Ich kann es euch sagen, am dichtesten dran, mit einem Unterschied von 428 Steinchen, mit einer geschätzten Zahl von 49.500 Steinchen, ist der Steve Underline Stone 951. Zweiten Platz mit 535 Steinchen nach oben ist der Ben Fischer 5431. Und den dritten Stand bekommt der liebe HS Mark, der sich um 621 Steinchen nach unten verschätzt hat. Dafür, Freunde, herzlichen Glückwunsch, Applaus an meiner Seite oder von meiner Seite an euch. Ganz wichtig jetzt nur, dass ihr mir vielleicht eine E-Mail schreibt an kontakt-at-blockster.de und mir eure Adresse mitteilt, damit ich euch diese drei Stands zuschicken kann. Ja, Freunde, das war es bis hierhin. Am Ende ein bisschen der Spannung halber in die Länge gezogen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Der Winter soll jetzt schnell zu Ende gehen, aber wir haben ja noch genug zu bauen. Deswegen ist vielleicht Winter ganz gut. Wenn es draußen schneit und regnet, dann kann man sich in Landkeller in den Hobbyraum verziehen oder auf dem Essentisch und kann schön Kurbi-Klemmbausteine klemmen. Bei Fahrzeugen sage ich immer, gute Fahrt, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.